Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Prognose der 2. Bundesliga. Denn dort steht der 34. Spieltag auf dem Programm. Ein letztes Mal haben wir einen neuen Spiel an diesem Wochenende und dann ist die Saison 2022, 2023 auch schon wieder vorbei. Aber noch ist sie eben nicht vorbei. Der 34. Spieltag steht an und dort gibt es ja noch einige Entscheidungen zu treffen. Wir haben natürlich das Fernduell zwischen Heidenheim und dem HSV um Platz 2 und 3. Und auch im Abstiegskampf haben wir noch drei Kandidaten für den Relegationsplatz mit Braunschweig, Nürnberg und Bielefeld. Ansonsten könnte sich auch im Mittelfeld noch sehr viel tauschen von den Positionen her. Man will natürlich die Saison so gut wie es geht beenden und deswegen bringt dieser Spieltag 34 schon unfassbar viel Spannung mit. Und wir gehen jetzt mal rein in meine Prognose. Legen wir erstmal los mit dem Blick auf die neun Partien kurz und kompakt. St. Pauli spielt gegen Karlsruhe, Vierter gegen Siebter und beide wollen genau diesen Tabellenplatz auch behalten. Denn das ist das Maximum, was man noch so rausholen kann. Kaiserslautern könnte auf jeden Fall am Ende irgendwo zwischen Platz 7 und Platz 10 landen. Also da haben wir noch eine relativ große Spanne. Düsseldorf zwischen Platz 6 und Platz 4. Und somit geht es auch bei den beiden Vereinen um nicht mehr allzu viel. Aber logischerweise will man natürlich die Saison auch sehr, sehr gut beenden. Gut beenden will die ganze Geschichte auch. Der Bundesliga-Absteiger hatte keine einfache Saison, nun aber knapp die Klasse halten können. Und es geht nun gegen den Bundesliga-Aufsteiger aus Darmstadt. Und die Lilien wollen natürlich nun auch die Schale festmachen. Ansonsten spielt noch Hannover 96 gegen Holstein Kiel, Neunter gegen Zehnter. Beide könnten noch bis auf Platz 7 vorstoßen, um die Saison auch rein tabellarisch gut beenden. Beide könnten aber auch noch Zehnter werden, Kiel sogar in der Theorie Elfter. Und dann haben wir auch noch 5 Partien, wo es wirklich noch um was geht. Und da haben wir zum einen die beiden potenziellen Aufsteiger, der HSV und Heidenheim. Die spielen gegen die beiden fixen Absteiger, Regensburg und Sandhausen. Und dann natürlich auch noch den Dreikampf um Tabellenplatz 16. Also, wir sehen, es ist unglaublich viel noch los an diesem 34. Spieltag in Liga 2. Ich glaube, es ist ähnlich spannend wie auch in den Jahren zuvor. Klar, im Aufstiegsrennen sind die Top 3 schon klar, aber eben noch nicht die Reihenfolge. Nur eben, dass Darmstadt fix in der Bundesliga ist. Und bei den letzten Dreien sind natürlich die Absteiger schon klar, aber der Relegationsplatz ist halt noch unglaublich spannend. Legen wir aber erstmal kurz los mit den Spielen, wo es jetzt nicht mehr um allzu viel geht. Unter anderem eben St. Pauli gegen Karlsruhe. St. Pauli ist eine Mannschaft, die eine unglaublich starke Rückrunde gespielt hat. Letzte Woche diesen torreichen Sieg noch feiern können mit dem 4 zu 3 gegen Holstein Kiel. Damit auf Platz 4 vorgerückt und diesen Platz würde man natürlich auch sehr, sehr gerne behalten. Auf der anderen Seite haben wir Karlsruhe. Die haben das Derby gegen Karlslautern mit 2 zu 0 gewonnen und damit auf Platz 7 vorgerutscht. Und auch das ist das Maximum, was man noch so rausholen kann. Und das will man sicherlich auch behalten. Ich glaube, wir werden hier auf jeden Fall in Hamburg nochmal ein fußballerisch gutes Spiel sehen. Beide haben sicherlich Bock, ordentlich was von ihren Qualitäten zu zeigen. Und am Ende wird St. Pauli mit 3 zu 2 gewinnen. Interessant wird es auch am Betzenberg. Denn dort hat Aufsteiger Kajerslautern sein letztes Heimspiel, sein letztes Ligaspiel und will sich natürlich sehr, sehr gut auch in die Sommerpause verabschieden. Es war vor allem auch eine tolle Hinrunde, die man gespielt hat. Vor allem aber auch zu Hause sehr viele wichtige Siege gefeiert. Und nun geht es zum Abschluss nochmal gegen Düsseldorf. Achter gegen Sechster, wobei zwischen auch den beiden Teams sehr satte 10 Punkte liegen. Da haben wir ja schon eine große Diskrepanz. Ansonsten natürlich Lautern letzte Woche, wie angerissen, mit der 0 zu 2 Pleite gegen Karlsruhe. Düsseldorf hatte ja ein sehr, sehr wildes 3 zu 3 gegen Hannover 96 und hat natürlich auch noch die Chance, sich auf Platz 4 vorzuspielen. Ich glaube aber hier eher an Kajerslautern, dass die nochmal vor allem im Publikum ein wirklich gutes Spiel machen. Und Düsseldorf mit 2 zu 1 schlagen. Spannend wird es auf jeden Fall auch dann nochmal in Fürth. Nicht zwingend, was die Spielvereinigung angeht, denn die sind ja Tabellen 12 da. Könnten noch 11 da werden. Könnten sogar, wenn es schlecht läuft, noch auf Platz 15 abrutschen. Aber man hat auf jeden Fall die Klasse gehalten. Das war erstmal die Hauptsache. Und für Darmstadt ist halt noch so ein bisschen die Frage, wird man Erster oder Zweiter. Am Ende ist das sicherlich auch allen relativ egal. Denn letzte Woche gab es die große Party in Darmstadt durch den 1 zu 0 Heimsieg gegen Magdeburg. Man ist zurück in der Bundesliga. Das auch vollkommen verdient. Und nun könnte man on top sich noch die Schale holen. Mit einem Remis hat man sie auf jeden Fall. Bei einer Pleite würde bei einem Heidenheim-Sieg der FCH vorbeirutschen. Aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses. Ich glaube aber, dass Darmstadt nicht mehr viel anbrennen lässt. Sie werden führt mit 3 zu 1 schlagen und sind damit nicht nur Aufsteiger, sondern auch noch Zweitligameister. Genau das möchte sicherlich auch sehr, sehr gerne bald mal wieder Hannover 96 sein. Die empfangen am Sonntagnachmittag nochmal Holstein Kiel. Neunter gegen Zehnter. Auch so ein Duell im Mittelfeld. Ähnliche Kategorie wie Lautern oder auch Karlsruhe. Und für beide geht es natürlich auch hier darum, die Saison gut zu beenden. Mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen. Und ich glaube, wenn man dann am Ende vielleicht sogar noch auf Platz 8 oder 7 vorklettern könnte, wäre das dann auch eine ganz gute abschließende Saisonleistung. Hannover letzte Woche 3-3 gespielt gegen Düsseldorf. Kiel 3 zu 4 verloren gegen St. Pauli. Also da waren sehr, sehr torreiche Spiele mit dabei. Ich glaube jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Hannover wird aber trotzdem ein gutes Spiel machen und gewinnen mit 2 zu 1. Somit haben wir diese vier Spiele schon mal abgeklappert. Interessant wird es natürlich bei den anderen Fünfen. Eben zum einen im Aufstiegsrennen zwischen dem HSV und Heidenheim. Denn dort könnte sich ja nochmal ein bisschen was drehen. Und auch im Abstiegskampf zwischen Braunschweig, Nürnberg und Bielefeld. Wer muss in die Relegation? Legen wir erstmal los mit den möglichen Aufsteigern. Weil ich finde, dieser Abstiegskampf eben auch aufgrund der Vereine Nürnberg, Bielefeld, Braunschweig, der ist echt extrem spannend. Und deswegen blicken wir darauf zum Schluss. Jetzt also erstmal zum Aufstiegskampf. Denn wir suchen einen Begleiter von Darmstadt für die Bundesliga. Und dort duellieren sich Hamburg und Heidenheim. Der HSV ist zu Gast in Sandhausen. Der SVS ist offiziell abgestiegen. Letzte Woche 0 zu 1 Pleite gegen eben Heidenheim. Und nun kann man auf jeden Fall logischerweise schon für die Liga 3 planen. Und hat natürlich auch ein Heimspiel zuletzt. Wo man sich natürlich auch gut verabschieden möchte aus dieser zweiten Liga. Und natürlich auch ein Gegner kommt, wo du weißt, du kannst da nochmal richtig Einfluss nehmen auf die Abschlusstabelle. Trotzdem glaube ich, wird sich der HSV hier durchsetzen und seine Hausaufgaben machen und Sandhausen mit 2 zu 0 besiegen. Und genau dann hätten wir eben die Ausgangslage, dass Heidenheim auf jeden Fall gewinnen muss, wenn man direkt in die Bundesliga aufsteigen möchte. Der FCH ist zu Gast bei Jan Regensburg. Und somit haben wir den zweiten und dritten in direkten Duellen mit den beiden Absteigern. Denn, ja, bevor ich das jetzt hier nicht gesagt habe, Regensburg ist noch nicht offiziell abgestiegen. Man ist ja drei Punkte in einem Relegationsplatz. Hat aber auch minus 15 Tore im Vergleich einer Tordifferenz zu Arminia Bielefeld. Also man müsste selber 10-0 gewinnen. Bielefeld müsste 5-0 verlieren. Dann wäre man sogar noch 16 da. Aber gut, das ist nicht wahrscheinlich. Die Planungen laufen bei Regensburg schon für Liga 3. Und auch hier, ähnlich wie bei Sandhausen, will man sich natürlich auch gut von den Fans verabschieden, von Liga 2 verabschieden, mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen und dann in Liga 3 wieder angreifen. Aber Heidenheim natürlich auch ein sehr unbequemer Gegner. Und Heidenheim hat natürlich auch die Chance, an diesem letzten Spieltag irgendwo zwischen Platz 1 und 3 zu landen. Also zwischen Meisterschale, direkter Aufstieg und nur in Anführungszeichen der Relegation ist für Heidenheim noch alles drin. Aber, und das ist natürlich auch ihr großer Vorteil, es liegt in derer Hand. Also man ist Zweiter und wenn man das am Ende wird, ist das ein Riesenerfolg. Und der darf und muss und soll dann auch sehr, sehr groß gefeiert werden. Weil das ist dann auch einfach richtig, richtig stark. Und ich glaube, Heidenheim wird es auch schaffen. Denn auch sie besiegen den dann Absteiger mit 2 zu 0. Somit haben wir auf jeden Fall das Aufstiegsrennen schon mal geklärt. Darmstadt wäre bei mir erster, Heidenheim zweiter, der HSV dritter. Und dann ist natürlich noch die große Frage, wer muss in die Relegation zur dritten Liga? Auch in Liga 3 ist ja übrigens dort noch sehr, sehr spannend. Es gibt enge Duelle um diesen Relegationsplatz zwischen Osnabrück, Dresden, Wiesbaden. Und ich habe sogar noch eine weitere Mannschaft gerade leider vergessen. Also dort geht es auf jeden Fall ordentlich rund. Und wir suchen somit dann natürlich auch dort einen Gegner. Und dieser wird am Sonntag ermittelt zwischen Braunschweig, Nürnberg und Bielefeld. Legen wir erstmal los mit dem, der aktuell am höchsten steht. Und das ist Eintracht Braunschweig auf Tabellenplatz 14. Wir haben hier logischerweise damit auch die beste Ausgangslage. Alle Mannschaften spielen ja auch auswärts. Wie ich finde, auch nochmal ein sehr interessanter Fakt. Und Braunschweig hat sich natürlich selber nochmal so ein bisschen in diese Problematik gebracht. Durch die dann doch schon überraschende Pleite letzte Woche gegen Jan Regensburg. Nun ist man zu Gast bei Hansa Rostock. Die sind ja gerade mal zwei Punkte weg. Haben aber eben schon das geschafft, was Braunschweig gerne schaffen will. Den Klassenerhalt. Denn Rostock hat letzte Woche 0-0 gespielt gegen Nürnberg. Danach war die Freude und die Feier vollkommen zu Recht groß. Und man wird auch in der kommenden Saison in Liga 2 spielen. Nun ist also Braunschweig verlangt, dort auf jeden Fall Leistung zu bringen. Ich glaube, es wird ein schwieriges Auswärtsspiel. Weil bei Rostock ist natürlich die Erleichterung groß. Aber natürlich muss man auch vorheimischem Publikum nochmal eine gute Leistung zeigen. Und deswegen wird es für Braunschweig nur zu einem 1-zu-1-unentschieden reichen. Und damit hätte man zwar Stand jetzt, wo eben Bielefeld in meinem Fall noch nicht gespielt hätte, drei Punkte Vorsprung. Aber auch die schlechtere Tordifferenz. Und mittendrin hätten wir natürlich auch dann noch den 1. FC Nürnberg. Die sind punktgleich mit Braunschweig. Sprich, zwei Zähler vor Bielefeld. Haben die schlechteste Tordifferenz von den dreien. Minus 18. Braunschweig minus 16. Bielefeld minus 8. Und Nürnberg ist zu Gast beim SC Paderborn. Bei einer sehr, sehr heimstarken Mannschaft. Paderborn letzte Woche im Ostwestfalen-Duell 2-2 gespielt gegen Bielefeld. Damit Platz 4 verloren. Aktuell 5. Man kann 4. 5. 6. Werden. Und somit will man natürlich auch die Saison auf Tabellenplatz 4 sehr, sehr gerne beenden. Klar, in meinem Szenario, wenn St. Pauli gewinnt, wird das eh nicht funktionieren. Wenn Düsseldorf verliert, wäre man eh 5. Aber natürlich hat man das klare Ziel, Nürnberg auch zu schlagen. Und für die Klubberer geht es natürlich um alles. Man möge sich nicht vorstellen, wenn es erneut, wie schon vor einigen Jahren gegen Ingolstadt, in die Relegation geht. Das will und muss man natürlich vermeiden. Letzte Woche gegen Rostock hat man einen großen Schritt verpasst. Weil hätte man dort gewonnen, hätte man ja sogar noch Rostock mit unten reingezogen. So gab es 0-0, was einem nicht so richtig geholfen hat. Also man ist schon verlangt, in Paderborn im besten Falle was mitzunehmen. Aber ich sage, Nürnberg muss bis zum Ende zittern, denn es gibt eine 1 zu 3 Pleite. Und somit hängt es dann ganz und allein an Arminia Bielefeld, was sie gegen den 1. FC Magdeburg machen. Denn wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass meine Tipps aufgehen, Braunschweig spielt unentschieden und Nürnberg verliert. Und selbst wenn Nürnberg unentschieden spielen würde, dann hätte Bielefeld mit einem Schlag und mit einem Sieg die Chance, auf Platz 14 vorzurutschen. Denn in meinem Szenario wäre dann Nürnberg in der Relegation. Aber die Frage ist, schafft es Arminia Bielefeld in Magdeburg zu gewinnen? Klar ist auf jeden Fall schon mal hier, unabhängig der anderen Ergebnisse braucht Bielefeld einen Sieg, um die Relegation zu vermeiden. Wenn da gerade schon mal kurzer Szenario mit Regensburg, ja der Jahn ist noch nicht offiziell abgestiegen, ist es realistisch, dass sie Bielefeld noch überholen? Nein, also die Relegation wird Bielefeld zumindest schon mal haben. Auch wenn natürlich auch das eine klare Enttäuschung ist, als Bundesliga-Absteiger dort zu landen. Man hat aber eben auch noch die Chance, Platz 15 oder Platz 14 zu erreichen, braucht aber dafür zwingend einen Sieg gegen Magdeburg. Die haben ja schon den Klassenerhalt vor zwei Wochen gefeiert, nach dem Spiel gegen Nürnberg. Letzte Woche gab es die 0-1-Beite gegen Darmstadt. Und nun ist man also zu Hause nochmal gefordert, man könnte am Ende die Saison auf Platz 10 beenden, wenn es schlecht läuft, auf Platz 13. Aktuell ist man Elfter und möchte sicherlich auch diesen Platz ganz gerne behalten. Ich glaube auf jeden Fall, dass auch dieses Spiel für den potenziellen Relegationsteilnehmer sehr, sehr schwierig wird. Also ich finde schon, dass Bielefeld, Nürnberg und Braunschweig allesamt schwierige Auswärtsspiele haben, auch wenn es natürlich für die Gegner um an sich nichts mehr geht. Aber trotzdem, letzter Spieltag, Heimspiel, da willst du einfach nochmal wirklich was zeigen. Deswegen wird es auch für Bielefeld in Magdeburg sehr, sehr schwer. Und ich sage, die Arminia spielt am Ende 2 zu 2. Und das würde auf jeden Fall dann rein tabellarisch Folgendes im Abstiegskampf bedeuten. Sandhausen und Regensburg wären auf jeden Fall offiziell Drittliga-Absteiger. Und Arminia Bielefeld geht in die Relegation mit 35 Punkten. Nürnberg, nur knapp darüber mit einem Punkt mehr, wäre genauso gerettet wie Eintracht Braunschweig. Gerettet sind eben auch dann logischerweise Kreuter führt. Und Hansa Rostock sind sie aktuell auch. Magdeburg wäre Elfter, Kiel Zehnter. Karlsruhe wird diese auf der 9 beenden. Hannover auf der 8 und Kailaslautern auf einem sehr, sehr starken 7. Platz. Und oben in den Top 6 würde sich bei meiner Folge auf jeden Fall nichts mehr ändern. Darmstadt wird Meister und steigt auf. Heidenheim geht auch direkt hoch in die Bundesliga. Und der HSV spielt dann in der Relegation gegen aktuell den VfL Bochum. Aber auch in der Bundesliga kann sich ja, was das angeht, noch ein bisschen was verändern. Wir sehen, auch diese zweite Bundesliga bringt wie schon die gesamte Saison auch eine Spannung mit für den letzten Spieltag. Ihr könnt mal gerne eure Meinung zu meinen Tipps und auch eure Tipps in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.